ich hab da ein feuer platziert warum fahren aber das ist irgendwie ein bisschen verrutscht macht das nicht alles sieht schon so falsch aus ich glaube es wird die ganzen führer klingeln ist er jetzt warm sieht sehr interessant aus stehst im flamm und friert ja das eine was ist so kopflampe kopflampe die schale wird den schildkröten links das will nicht so ganz und wenn jetzt müssen wir vier jahren ist ja noch was zu trinken auch gehabt ich muss mir erst aufwärmung willkommen auch der expert kannst du schon feine oder so ja 51 ich auch gut dann immer direkt auf haben ja ja ich habe schon eingejagt ich habe ein energiebisch und fluss gerade gebaut ich weiß gar nicht was ich hier reingeschmissen habe na gut mischen habe ich spiel ich will doch nur was trinken gut dann fahre ich mal ein bisschen dichter an die klippe ran weg 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 ich sterbe alles drauf ich habe einmal schaden bekommen für die würde ok regn ist unser neuer feind gott ich will gar nicht wissen was passiert wenn ich so die oben das ding mal trifft das bestimmt zerflattert und spritzt mir die halbe karte oder so ich weiß gleich welche richtung wir drehen müssen da wo das fenster hinguckt oder dass das das bettfenster oder dass wir warten einfach bis es ich stehe nicht mehr am feuer sofort alles gefroren hier ja hätten unser bett fertig könnten wir etwas schlafen nächste nacht aber dafür brauchen auch noch vier dinger aber was ist wichtiger schlafen oder schuhe oh Gott das macht es nicht besser wenn die da schneiden oh hier ist das eine seil ok guck mal etwas weniger auf der liste das ist gut ich glaube das war das bett gut jetzt brauchen wir noch Hasenfeld hier steht jetzt das bett fertig Stück Rückenpanzer naja gut wir haben zwei oben das ist schon mal ganz ok äh ja gut Stöcke die sammeln wir nicht bei ich hab nur 5 Eile wenn du dich neben mich mit einer Fackel stellst Moment kann ich nicht machen weil ich keinen Stock habe gut ich hab äh ne Fackel ok die sterben an Dauer und Vögel und ich kann die Federn einsammeln das ist gut die sterben Vögel ich weiß nicht solange ich die Federn bekomme ist mir das egal ähm einfach gerade durch ne geradeaus so ein bisschen nach rechts genau geht so es hat aufgehört ja da da das ist eine blöde Uhrzeit zum jagen bitte ich soll ich noch ran ja noch ein Stückchen weil ich kann hier nur noch rechts und bisschen vorne gucken nach rechts ein bisschen rechts rechts genau und jetzt noch ein zwei Züge nach vorne ja so würde ich sagen ist gut gut ich drehe mich mal mit dem Rücken äh so ne taktisch klug können eigentlich die Krokodilus angreifen bestimmt ich meine hier auf dem Boot bestimmt ähm so ich weiß es nicht könnte ich nach hinten gucken auf alle Fälle sind da schon wieder äh ein paar Freunde Och echt jetzt Leute habt ihr kein Zuhause soll ich nochmal Meter vorfahren vielleicht hilft es ich muss eigentlich sprechen äh sind weglaufen oder sind abend weglaufen gut dann noch mal ins Dorf und dann würde ich sagen nur eine Runde speichern oder jetzt was essen gut äh bist du irgendwie satt oder so ja ja doch 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 irgendwie habe ich das Gefühl dass du hier sehr wenig siehst und ich toll ich kann im Dunkeln sehen und du kannst die Objekte sehen von vorne kommen welche Oh sie habe ich gesehen das war ein schneller Ausflug Oh das fängt wieder an zu ich stelle mich einfach wieder ans Feuer so tschüss wir sind uns nächste Woche wieder so Oh Keine Sorge ich habe noch 200 Blätter ja Blätter machen mir nicht die Sorgen nur das Trinken kann man den Topf eigentlich oben auftrinnen mit Trinkwasser das ist das das ist das ja ich habe meinen Topf gefüllt mit dem Wasser von oben das heißt ich kann dann halt äh was kochen und trinken gleichzeitig die kleine Alternative zum Trinkschlauch ne mhm mhm karte hier ist ein Fenster fehlt mir noch hier zum rausgucken ok ich habe sie gehört ich brauche kein Fenster ok beim nächsten Boot kann man halt die Anordnung des Feuers vielleicht anders machen ja ja Digga sterb doch einfach ist es euch nicht kalt ihr habt weniger anders wie ihr wenn ich hier an der Tür stehe kann ich rausgucken und sterbe nicht mhm 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 die eine schläft am strand okay oder da in dieser dieser kinderhocke oder wie man das auch immer nennt der hatte auch so gehofft er hat sich als stein getarnt zurück 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 abruf 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 ich wurde einmal gemittet und habe noch ein bildschirm ich habe einen bildschirm ich habe kein leben tschüss okay gut ich gucke ob ich das vogelfleisch rankriege aber sie haben sich auch verkrümelt ja komm schon ich will doch nur speichern krasse sache okay ich bin am land und schau mal ob ich ein hafen finde oder so ich sehe gerade eine gänseformation ich habe gerade geld beichert beichert wo das denn bei dem zeichnen wunderbare kaninchen hin ich suche hier auch gerade verzweifelt stecker und kaninchen stecker und kaninchen was man halt so braucht und dann lauf er weg das könnte jetzt schon das versprechen okay ich bin bei dem dorf an der klippe vielleicht habe ich hier ein bisschen zu essen ich glaube das hatte hier alles von bis nein nein jetzt rutsche ich hier runter oh gott ein krokodil wenn ich meine pfeile würde ich sie kaputt schießen ok schön durch ich bin nicht mehr durstig und nicht mehr hungrig ich habe schwer gefunden fertigen und habe ich wurde angepikst von einem krokodil von einer frau und hier sind leben am limit ich schwirme einfach mal zu dir rüber wenn ich viel wahl aber noch mal krokodil aber ich habe mehr pfeilung und neun stöckchen ich habe das krokodil gerade so richtig übelst gegeben und das war unbeindruckt ich habe es getötet gekriegt nicht nur fleisch auch rüstung krokodil das weg oh nein hier sind die beiden und ich spring einfach mal runter ins wasser tschüss äh wollten wir uns hier nicht auch noch ein floß bauen aber ganz ehrlich ich hätte jetzt gerne mal ein kaninchen einfach nur dass ich hier keinen kaltekrasse schaden kriege ich weiß nicht wo die kann kann die wahlen sind kann sein dass ich aus der reichweite von ihnen laufen bin oh nein meine ganzen pfeile sind weg weil ich ausversehenses fleisch genommen habe oh leck mich da wechsel ich fleisch ich glaube das dorf ist frei vom kannibalen würde aber nicht meine hand die zwei dinge dafür bei unserem boot sind welche bei uns welche und ich habe keine oster ach geschafft Soll ich hier einfach schon beim Flug hinsitzen oder wollen wir an eine andere Stelle hinnehmen? Weil wir hier in der Nähe unser Boot haben und ja wenn es ja auch genug Holz gibt ja jetzt gibt es ja quasi überall Oh heißt das einfach was ja ich werde hier von vier Leuten belagert 1, 2, 3, 4, ja haben sie mich jetzt hier auf dem Zettel oder? Zwei laufen in meine Richtung Weiß nicht ob sie zu mir laufen oder in meine Richtung, ne die laufen weiter Das ist hier so eine Laufroute, das ist ganz gemein Und ich habe hier immer noch keinen einzigen Hasen gesehen, ne? Ich habe einen gesehen, du mein Kleinen Bis auf da wo wir gestartet sind, ne, dass da welche waren aber im Dunkeln und klar Ah, ich komme hier nirgendwo runter Ist wieder ein Höhleneingang? Das ist derselbe wie vorhin Also ich würde jetzt ganz gerne nochmal speichern und nochmal neu laden Achso, wegen den Grafikfehler Grafikfehler Ja Okay, ich habe auch gespeichert, kannst du es machen Gut Ah Ja, einfach neu starten Soll ich dich kaputt kloppen, ne? Komm mal her Gut, äh, ja dann einfach mal beenden Ich habe gerade gespeichert Gut, gut, gut Dann kann ich gleich noch in den Müs eigentlich rumgurken, aber Ich mache mal einen kurzen Cut Wir sehen uns gleich wieder Ja So, da sind wir wieder Brauche ich einen Cut Für mich noch ein paar Minütchen später Wir haben Pipi gemacht, hehehe Und ich habe noch ganz kurz Wäsche abgegangen Echt? Das ging so schnell mit dir? Respekt Was hast du gemacht? Drüber geworfen oder was? Ja, ja, ja Auf die Heizung Einfach auf die Heizung drauf geknallt Muss ja bis morgen trocken sein Okay, er hat einfach 5 kg Wäsche auf der Heizung Ja, ich habe zum Glück, äh, genügend Heizungen Dass ich da alles verteilen konnte Die Tiere sind wirklich rar hier Du kannst echt den Wolf suchen Ich wollte gerade einen ägyptischen Witz bringen, aber Krieg den eh nicht zusammen Ah, rar, oh Gott Schön, dass sie uns verstehen Das, das, das Ja, die anderen, die haben das viel schneller gepeilt als ich Okay Nichts, nur Alligatoren finde ich Und, ähm, die will ich nicht, die brauche ich nicht Die mag ich nicht, oh nein Freude Ich bin jetzt schon einmal hier um den großen Teich hier rumgelaufen Ich suche nur einen Hasen Eigentlich suche ich zwei, die ich auch schaffe zu erjagen Ich hätte gerne noch ein paar Fögel Für Federn Ja, und für das kleine Fleisch, weil großes Fleisch finden wir auch sehr wenig Das sollten wir so wenig wie es geht verwenden Die Alligatoren sind eine gute Quelle Ja, aber so viele gibt es davon aber auch nicht So nicht, so wie gesagt, ich bin jetzt ein großer Fan von Kleinen Fleisch Und dann, wenn man unterwegs ist, irgendwie sich gekocht ist Nichts mehr, nicht mehr geräuchert ist